SPD sieht Torschlusspanik bei CDU-Chef Merz. Gesundheitsminister Lauterbach stellt Programm für Long-Covid-Patienten vor. Und Deutscher Frauenrat wirft der Bundesregierung unzureichenden Schutz vor häuslicher Gewalt an Frauen vor. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 12. Juli. Der Wechsel im Amt des CDU-Generalsekretärs ist nach Ansicht der SPD ein Zeichen von Panik des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Es könnte der Anfang vom Ende der kurzen Ära Merz sein, sagte der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der Düsseldorfer Rheinischen Post. Merz habe nicht nur keine Regierungserfahrung, sondern führe die CDU auch in der Opposition immer mehr Glück und orientierungslos, ergänzte Wiese. Die Berufung von Parteivize Carsten Linnemann zum neuen Generalsekretär wirke wie Torschlusspanik, so Wiese. Nach dem Rausschmiss des ehemaligen Generalsekretärs Mario Schaier durch Friedrich Merz hat uns der Vorsitzende der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, in einem Interview seine Meinung dazu mitgeteilt. Die Entscheidung des Kreisparteigerichts in Thüringen ist eine schallende Ohrfeige für das Konrad-Allenauer-Haus unter Führung von Mario Schaier und von Friedrich Merz. Ich hatte unmittelbar nach der Entscheidung des Kreisparteigerichts auch gefordert, dass personelle Konsequenzen gezogen werden. Friedrich Merz hat eine Konsequenz gezogen, nämlich Schaier abzusetzen, was ich auch für richtig halte, was ich außerordentlich begrüße. Meine weitere Erwartung ist, dass wir jetzt hier auch eine programmatische Änderung des Kurses innerhalb der Union haben. Friedrich Merz weiß, dass er nicht von den Linken in sein Amt gebracht worden war, sondern von den konservativen Mitgliedern, die jedenfalls in überwiegender Zahl haben sie ihn gewählt. Und sie erwarten von ihm eine politische Kurskorrektur. Und die ist er bisher uns schuldig geblieben. Grünen-Chef Omid Nouripour hat die Entscheidung des NATO-Gipfels verteidigt, noch keinen Zeitplan für einen Beitritt der Ukraine zur Allianz in Aussicht zu stellen. Er verstehe die Ungeduld der ukrainischen Seite, sagte Nouripour im ZDF-Morgenmagazin. Aber dass Regularien eingehalten werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf der heutigen Bundespressekonferenz ein Programm für Long-Covid-Patienten vorgestellt. Wie das Bundesministerium für Gesundheit auf seiner Internetseite mitteilte, wird es eine Internetseite mit Hilfsangeboten, Informationen zum aktuellen Forschungsstand sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Long-Covid. Zusätzlich wird beim Bürgertelefon eine neue Servicenummer für Betroffene eingerichtet. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hält gut erklärte Politik für einen wichtigen Baustein der Extremismusprävention. Flüchtlingswelle, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel. Deutschland habe in den vergangenen Jahren eine Vielzahl hochkomplexer Herausforderungen zu bewältigen gehabt, sagte er laut The Pioneer. Und wenn Politik dann nicht in der Lage ist oder sich vielleicht auch nicht umfassend bemüht, die Dinge zu erklären, dann wachse eben auch Unzufriedenheit, mahnte er eindringlich. Brandenburgs Verfassungsschutz hat seine Einschätzung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative verschärft und bewertet sie nun als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Das teilte der Verfassungsschutz in einer Pressemitteilung mit. Der Deutsche Frauenrat hat der Bundesregierung vorgeworfen, Frauen nicht ausreichend vor häuslicher Gewalt zu schützen. Deutschland tut nicht genug, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Der Europarat fordert deswegen, dass es eine nationale Strategie gegen Gewalt geben müsste. Die steht auch im Koalitionsvertrag, sagte Monika Rehme, Referentin des Verbands Deutscher Frauenrat, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen rät dringend davon ab, in Haus oder Wohnung eine neue Gasheizung einzubauen. Vor dem Einbau einer Gasheizung kann man inzwischen nur warnen, sagte die Leiterin des Verbands, Ramona Popp, der Rheinischen Post. Die Preise für Gas und Öl werden steigen, da sich der CO2-Preis für fossile Energieträger von Jahr zu Jahr erhöhen wird. Das Bundeskriminalamt hat 2022 Negativrekorde bei den versuchten und vollendeten Attacken auf Geldautomaten und bei der Beute registriert. Ganoven hätten bei solchen Taten knapp 30 Millionen Euro Bargeld erbeutet, hieß es im Bundeslagebild, Angriffe auf Geldautomaten. Die entstandenen Schäden würden auf einen mittleren zweistelligen Millionenschaden geschätzt. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt vorläufig bestätigte. Zuvor hatte sich die Teuerung drei Monate in Folge abgeschwächt. Im Mai waren es 6,1 Prozent. Die Nahrungsmittel sind nach wie vor der stärkste Preistreiber, sagte Behördenchefin Ruth Brandt. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel leicht bedeckt und die Tiefstemperaturen liegen bei 16 Grad. Am Donnerstag zeigt sich der Himmel vereinzelt bewölkt, bei Höchsttemperaturen von 26 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.